Yo Leute, willkommen bei einem weiteren Part von TTT. Mit dabei habe ich zum Beispiel einen Bleddick. Einen Nabeln. Einen Sascha. Einen Nabelnur. Hi. Ja, stell mal vor, es werden mehr. Ich würde den Stuhl nicht packen. Bevorius. Hey ho. Schichty. Hallo. Slow Mo. Hallo. Sonic. Ich bin Traitor. Ja, gut. Wissen wir schon mal Bescheid, bringen wir ihn direkt nämlich um und auch ein Xanto ist dabei. Hallöchen. Die Runde ist damit freigegehen. Huah. Und Sonic, du willst mal an der Anmudi die Schnauze zu halten. Als würde der das hinkriegen. So, du hast gesagt, du bist Traitor. Sonic, dann schieß dich die Täter. Nee, Xanto ist es. Ich würde kurz sagen, Bleddick snipet schon wieder auf jemanden auf den Turm. Es ist echt Xanto. Er steht nämlich vor mir. Ja. Ja, was? Nein. Oh my god. Ich glaub schon. Und wenn alles klappt, Leute. Es ist aus, als könnte ich eventuell jetzt ähm... Ich kann auch nicht schon Hetz reden. TCC mit 60er Klasse. Komm. Lass uns sterben. Lass uns sterben. Lass uns sterben. Exekutier mich. Hält ihn. Komm Sonic, exekutier mich. Es ist nett, dass ich versuche den Leuten für mich fest zu sagen, die werden immer lauter und immer lauter. Will dich nicht töten. Gut. Also, ich würde schon gerne abdrücken. Ich würde eigentlich auch gerne abdrücken, sagt er. Wow. Eigentlich... Na, jetzt läuft dann. Erstmal die Luft ab. Oh. Ich weiß. Halt doch mal diese Schnauze. Ich weiß. Halt doch mal diese Schnauze. Ich weiß. Ich wurde gerade bei der Hütte hier oben abgeknallt. Ich weiß nicht, ob ganz oben oder ob in der Hütte. Ja, der Bleddig ist oben drauf gestorben. Doch Xanto, Xanto, was soll das? Hey, ich bin unten im Tunnel. Was ist dein Problem, Junge? Hier oben ist aber tatsächlich auch niemand weiter. Aber er wurde mit einer Diegel getötet. Diegel. Wer steht denn da jetzt schon wieder rum? Oh, Tony. Oh nein. Tisch die. Ach, guck. Was? Wer steht hier? Ja, eben. Slowmo. Wer hat man da mit Vorios. Hallo. Was ist denn heute mit meinem Mund? Ja, die ist tot. Da ist doch jemand gestorben. Bevo hat gerade. Spinne. Was? Was? Bevo? Bevo? Okay. Wo ist Bevo? Bevo. Oh Gott. Mein Kill. Was ist passiert? Das war mein Kill, du Mongo. Identify ihn mal. Richtig. Mit E. Nicht mit alt E. Danke. Bevo ist der Traitor. Was ist denn los mit dir? Ist das euer Ernst? Du blöder Wichster, warum hast du mich abgeschossen? Es gab keinen Grund dafür. Du standst neben Bevo, als Bevo getötet hat. Ja und? Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ja. Ich stand nebeneinander da. Habt euch angeguckt, dass ihr dann vorbeigeht. Hört ihr meine Aufnahme an. Ich fand das cool. Könnt ihr mal das probieren, was ich probieren wollte. Du weißt, jetzt bist du voll informiert, ja? Du weißt jetzt alles. Jetzt.. Hättest du Sachen müssen? Hättest du mir dein, dein.. Dein.. ..irgendwat nicht gesehen? Tollwitz. Lasst dir diese Angebote sein Sonic. Hallo. Hallelu females rugatschoutaus. Ich bin schon wieder hier. Ist Sonic gerade schon gestorben? Nein, hoffentlich. Alter, du hast dich gerade kurz geportet, ey. Ich weiß, ich ford mich die ganze Zeit. Ich hab doch die scheiß Finger, du bist nass. Nein, bledding, bledding, nein. Aus. Ich hab mich von meinem Turm runter. Ah! Was hast du jetzt Schönes gekauft? Ich hab nix gekauft. Ich hatte gerade Microlags. Ich hab geguckt, was mein Ping sagt. Ich hab gar nichts gekauft. Ich hab gar nichts gekauft. Ich hab gar nichts gekauft. Ich lauf jetzt zwar rum, aber ich hab gekauft. Anno oder was? Wow. Ne, ne. Ich hab nichts gemacht, Bebo. Ich weiß nicht was du hast. Was? Ich hab mir gerade das Bild angeguckt. Nein, nein. Oh Gott. Klopp. Wer rennt hier mit der Crowbar rum? Ey, wer kloppt denn, wer kloppt denn das hier? Hi. Sascha. The fuck. Gib mal andern die Gelder. Bebo nein, Bebo nein. Hi. Was war das Geschrei eigentlich gerade? So, ich versteck mich für die rund im Gefängnis. Möchtest du mich jemand holen kommen? Ja, Mama. Hm, nein. Da haben wir einen Sonic. Da oben haben wir einen Bebo. Weißt du was? Der immer noch meint, ich hätt' Sachen gekauft. Er kann lesen, er kann lesen. Alle Leute aufpassen. Oh nein. Man, er kann doch was. Oh Gott. Er kann doch was. Mehr als Schimmeln zumindest schonmal. Wie cool das ist. Der kann doch schonmal mehr als Sascha. Alter. Alter, wie cool das ist. Ich muss nochmal Traitor werden. Bitte. Ihr habt ne so geile Idee. Warum schießt du hier auf alles? Ach, Mann. Ich? Ich hab versucht die Dinger aufzuschießen. Kann mich jemand bitte aus dem Gefängnis holen? Funktioniert nicht. Das hätt' ich dir auch gefragt. Aber wo ist hier ein Gefängnis? Ja. Aber man kann's doch auch ausprobieren. Sonic, lebst du nach? Aus dem Gefängnis? Nein. Meinst du den Traitor-Test oder was? Sonic, magst du mich bei unserem Altar-Altarraum abholen bitte? Ja. Hi. Hi. Machst du mehr aufmachen? Ich hab mich ausgeschabt. Weil ich deinen Namen singen kann. Mach. Mach. Weil ich deinen Namen singen kann. Danke. Achso. Ey, warum machst du denn sowas? Weil ich ein Snyder-Mensch bin. Das wirst du. Weil er ein Snyder-Dude ist. Oh. Ach, gar nichts. Hier liegt ein Körper. Ein was? Geht ab. Alles klar. Hier liegt ein Körper in der Lava. Dude, hallo, hinter dir. Umdrehen. Ach, hi. Ich wollte bloß, dass jemand aus dem Knast rausholst. Warum? Guten Job. Kann man hier durch? Hier kann man durch. Oh, hallo. Okay. Mach mal, geh da einmal außen rum, was? Oh, oh, oh. Hab ich jetzt. Schönes Haus, oder? Haben wir hier? Nur irgendwie, weil wir den Altar grad nicht so funktieren. Das hier oben hat noch kein Dach, oder? Ja. Da ist ein Fallschaden gestorben. Muss wir mal noch bauen. Bin gekauft? Was? Oh, oh. Nein. Was ist das? Oh, oh. Da hat jemand Blut verloren. Ne, ne, ich hab nur 47 Falschrauben bekommen. Warum? Ja, weil ich zu blöd war, um die Ecke zu sprengen. Und bin an der Ecke. Ich will mal eine richtige Waffe finden. Bin stolz auf dich. Ich will keine richtigen Waffen aufnehmen. Da hat sich jemand. Da ist jetzt aber jetzt gestorben. Alter. Der ist jetzt gestorben. Da ist jetzt gestorben. Raus wieder. Na Bevo, guck nochmal raus. Wo ist denn jetzt hier eigentlich? Wo ist der Sonic? Oben drauf? Weiß ich, wo Bevo hin ist. Der hat sich glaub ich TP'ed. War der hier unten, oder? Du campst aber auch so häufig da oben auf dem scheiß Turm drauf, ey. Wir haben einen Eichschirm. Oh, ich camp. Bevo ist innen gewesen. Halt's auf. Ja, wer denn sonst? Ja, was weiß ich denn? Er wurde gar nicht innen. Du? Warte mal. Du bist es auch leider. Ich? Nö. Gerade, ja. Ich lese es gleich. Moment. Wie kenne ich mich zuerst? Ich kann mir nämlich denken, wer mich gerade jetzt Team angeschrieben hat. Ok, Stevie ist gerade an den Freitod gesprochen, oder nicht? Ich bin dieser Traitor, der stirbt so leicht nicht. Stevie, du solltest auch vielleicht nicht sagen, dass dir jemand direkt geschrieben hat. Weil da kann man sich denken, dass du jemanden getwittert hast und der sauer auf dich ist und die hat deswegen geschrieben. Ich hab's ja gekonnt. Christmadafucker. Da stand ja. Was hast du geschossen? Auf Steepi. Der Dach. Der Dachmensch. DACH! Lomo auch? Ich treff aber auch nix. Aua! Da hinten. Nope, was? �� Alumni, das hier aus. Da hinten. Ich komme ran, da hinten rein. Niem, niem! No, niem! No, nie! Necke! Huuu! Roh! Oh, er ist tot. Nein, das ist nur Dingens. Schade. Ach, Mann, Slow-Mo, ist das dein Ernst? Was? Ja! Ich mach dir wieder zu dir, Alter! BAM! Max, Alter! Hier ist ein Teamwerk, Mann! Ich... Warum bist du eigentlich den Krieg eröffnet, Sanzo? Weil das ne absolut ungerecht Situation war. Ich hab das genau drei Mal hingekriegt. Ich hab das genau drei Mal geschafft. Drei Mal hab ich's hingekriegt. Kleiner Drecksack, Alter, ne? Weißt du, ich bin... Ich bin mich mit Sonic im... im... naja, Scheinduell am bewegen. Hin und her und hin und her. Auf einmal, boom, tot. Lava. Ach, Bevo, ist daran auch gestorben! Ich auch! Ach, Bevo! Bevo, du hattest übrigens schon wieder... Bevo, du hattest übrigens recht. Du hast mich damit... Du hast mich wirklich eigentlich erwischt. Ey, das ist der Shit. Bei TTT wird mein TS gefühlt nach längerer Zeit lauter. Ja, irgendwie schon. Hallo! Oh, der Junge! Nein! Ich bin Inno! Hast du gehört, Bevo? Du hattest mich echt erwischt dabei. Du hast mich in die Raumkanade geschossen, dass du da drin stehst. Wo ist dich denn? Nur leider bist du dann mit den Teleports gerutscht. Warum denn jetzt schon wieder? Ja. Der Teleport auf die Sammlung ist echt unfair, deswegen. Ich hab ihm noch nicht einen Schuss abgesetzt, diese Runde. Nee, nee. Nee, nee. Xanthu, kannst du mich heilen? Xanthu, fast tot. Ja, ist ja gut. Xanthu ist traitor. Ich hab 8 HP. Xanthu ist traitor? Xanthu ist traitor? Hast du gerade gesagt? Ja, Xanthu ist traitor. Der hat auf mich geschossen. Auch nicht das. Komm, Sascha, schieß. Komm, ich stehe hinter dir, schieß. Wenn das jetzt stimmt, ich hab ihn im Visier. Xanthu-lein! Gehen bleiben. Ja. Ich hätte Xanthu im Visier, wenn er es wirklich ist. Mach Schichty. Schichty, schieß. Wieso? Nein. Schichty, schieß! Was? Ja. Was? Los, los! Oh. Ich überdenke auch noch Angst. Ich überdenke auch noch Angst. Ich überdenke auch noch Angst. Sonic, wenn du noch ein bisschen was übrig hast, kannst du ja auch Slow-Mo noch heilen. Oh, alle gegen mich! Wenn der noch lebt. Oh, jetzt ist Xanthu's Ping auch vor über 100 Kits gewesen. Okay. Echt? Ja. Tori! Schäme! Tja, das hat nicht ... Oh Gott! Du Gott! Also, lieber Traitor, ne? Aber der Teleport hat diesmal nicht funktioniert. Ich lebe nämlich immer noch. Warte, warte. Bladdick ist es dann. Sag doch einfach mal wo. Ach, als ob. Bladdick war eben grad auf dem Lava-Steg und plötzlich stand Stevie vor mir. Das ist gar nicht wahr. Der Teleport hat nicht funktioniert. Das tut mir aber leid. Das ist gar nicht wahr. Kompletter Quatsch. Okay. Kompletter Quatsch. Kompletter Quatsch. Ich hab dich nicht auf der Lava gesehen. Ich war auch statt auch in einem Rücken. Das heißt, bladdick ist es, wie du sagst es, ja? Also, unten ist zumindest bladdick mal nicht. Also, zumindest ... Oder wir sind ... Ja, er ist ja auch hochgeportet zu Steve's Position dann. Ach so. Oh fuck. Ist das nicht hier ne Traitor-Fälle? Was? Hier der Gang. Ja Stevie, schade. Wo ist die Leiche von der Yalla-Bombe? Da unten. Die Leiche von der Yalla-Bombe? Ja. Hier war ja wohl ganz eindeutig die Yalla-Bombe. Ja, die Yalla hat dich gehört. Darum geht's nicht. Da schau. Wer wandert? Will ich nicht. Weiß ich nicht. Können, ähm, Leichen auch out of map fliegen? Äh ... Nein. Kann ich einrichten. Kann ich einrichten, Mann. Komm mal zum Prime. Da ist jemand grade vom hohen Haus runtergesprochen. Ich leb noch, aber keine Angst. Ich hab nur Leichtfall-Schaden gekriegt. Gerade, ich hatte schon eine Hoffnung. Bist du selbst runtergestochen? Nur, dann wurdest du hochgeportet. Nein, ich bin selbst runtergestochen. Geh, 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 geh. Ich weiß. Da ist ein ... Da ist Bladdick! Oh. Stevie schießt auf irgendjemand. Stevie schießt. Ja, auf Bladdick. Stevie ist es. Ich hatte auf Bladdick geschossen, weil Sascha ... Hast du ihn noch gefüllt? Ja, hab ich. Ich kam nur grad nicht zu seiner Leiche hin. Ja, ist ja in Ordnung. Wollte ich nur wissen. Äh, okay. War Traitor. Ich kam nur nicht hin, weil ich eine scheiße Position hatte. Okay. Nee, nee, Bevo, Bevo ist es. Snipe wieder. Oben. Ach, nur weil Bevo Snipe ist das direkt. Er ist jetzt in den Untergrund gegangen. Ja, ich bin gestorben einmal, du Vollmongo, Alter. Er ist in den Untergrund gegangen. Was soll ich das denn wissen, du Vollpfosten? Er ist in den Untergrund gegangen. Ja, was? Du hast mich grad Vollmongo genannt, du Vollpfosten. Ja. Halt's Maul hier voll Spacken. Spacken. Halt die Klappe, du Spaten. Hört ihr bis auf den Turm, ne? Maul. Oh, mach halt nicht nach. He, Bevo. Hallo, bist du? Da, wo du mich am wenigsten erwartest. Oh, nein. Nein, bei mir am Gamerzimmer bisher nicht. Da ist Sonic, okay. Ich dachte, da wäre Dingens. Nein. Oh, Sascha und... Da hinten. Okay, da oben. Hi, Bevo. Oh. Jojo. Dead Ring on the second chance. Oh, Gott. Kein Problem. Na komm, Bevo. Aber das war sehr dumm. Ich muss nachladen. Warte! Nein! Das ist nicht... Hörst du erstmal auf, Stevie. Nein! Yeah! Ich war's halt! Hab ich denn ernsthaft nicht gekillt? Wie viel habe er hast du bitte noch? Ah, das hat sich in die Stelle gelangt. Scheiße! Deine Reaktion hat aber auch ein bisschen lange gedauert am Anfang, Stevie. Wieso? Du hast ihn so angeguckt. Du hast ihn so angeguckt. Ja, irgendwie schon. Ich dachte mir, man greift dir das endlich mal an. Und dann kam die Reaktion und ich dachte mir so, okay. Wer... von wem meinst du denn? Ich hab mega Paketverlust. Ich dachte, mein Internet ist es wieder. Ich dachte, mein Internet ist es. Mein Internet macht nämlich gerne mal Probleme. Ja, er meint es auch. Ja, er meint es auch. Ja, er meint es auch. Also, noch mal, Xanzo. Wen meinst du? Dich, dich, Stevie. Ja, aber zu welchen Traitor genau? Ja, gerade am Ende hast du doch gegen... Gerade am ersten Handenende hast du doch gegen... Ja, aber ich muss... Ich hab vorhin einmal auch gesagt, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Aber wo du in diesem Pool standest, in diesem kleinen... Nee, nee. Da hat die Reaktion ziemlich lange gedauert. Na, ich hatte schon geschossen. Vielleicht hast du es so nicht gesehen. Keine Ahnung. Kannst du doch etwas das, immer noch. Da ist es ja praktisch. Was halt kaputt! Das macht jetzt nicht genugdogs. Keine Ahnung. Hör auf mit der Scheiße! 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 Du bist doppelt reinkonnected. Hörst mir doch mal zu! Ich hab mir doch mal zu! War gesagt! Hört man mich nicht? Ja, hört man. Doch man hört dich. Was hast du gesagt? Ich bin deported worden? Von wo? Von der Mitte aus ins Gefängnis. Ich kann's Xanto töten, soll ich? Ja, mach doch. Das ist ne Vermutung von mir. Lass mich doch. Nein. Ach, geh doch weg. Geh doch weg. Jetzt hau ab, Mama. Ich will das nicht. Man, was ist denn los mit euch? Ja, warum schießt du denn auf Bevo? Ja, keine Ahnung, weil du auf mich schießt. Ja, Moment. Moment, was ist das? Du schießt auf Bevo, wenn ich auf Bevo. Diese Logik. GG. Was? Ey, er schießt doch nicht auf mich. Ey, er ist wieder voll. Ey, ich wohne teleportiert, du Vollidiot. Alter, hallo, ja, töte mich. Ja, mach ruhig, du. Fick es nicht. Ey, bist du jemand anderes? Alter, ich wohne teleportiert. Ach, so leise ich. Alter, du bist ein Stück Scheiße. Du bist ein kleines Stück, wenn du das jetzt tust. Geil. Wie gut das war. Oh, Schichty ist tot. Ja. Super. Och, Bevo ist tot. Wenn das schon alle Namen, wenn wir die Namen schon sagen wollen, du. Du. Oh Gott, das war ja so lustig. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Warte, ich hab um den Namen nicht verachtet, das tut mir leid. Voll gemein. Ja. Das ist so lustig. Das ist ausgerechnet dich erwischt hat. Oh, das ist ein bisschen leid. Da oben auf dem Haus. Da sind eigentlich so viele Toten, die ich hätte. Glaub ich, Fehler wurden begangen. Fehler wurden begangen. Ja. Ich glaube, Herr Sascha. Wie ich es gerade schon sagen wollte, wenn es klappt, könnte es sein, dass TNT jetzt mal 60 FPS ist. Da ist jemand. Das ist aber jetzt ein kleiner Test. Noch mal so gesagt. Ich hab den vorunter gemeldet. Ah! So. Jawoll. Da war wir und irgendeiner hat gerade, irgendeiner hat gerade gefressen in meiner Nähe. War am Haus an dem, oh Gott, ich glaube die Sniper. da oben es tut mir so leid dass es ausgerechnet dich erwischt hat es tut mir so leid du bist schon am boden und jemand wirft dir noch sand ins gesicht vor allen dingen skanto ich will halt von dir eine waffe haben das ist echt ein skanto du bist auch so ein skanto du skandal im sperr bitte Das ist geil! Das ist geil! Ja gut. Weißt du was, Hascha? Das ist geil! Geh weg! Hast du ja nicht eben grad erst gemacht. Ja, bei so einem Render. Slow Mo, warum hast du grad den Sweater, äh den Sweater, schon den Dete gekillt? Nein, ich bin der Dete! Auf ihr Trottel. Wer hat dich gekillt, ne Dick? Slow Mo, warte einfach mal! Kurz jemand gekürt, also sag ich jetzt mal nicht so ein, so... Hallo! Santo hat glaub ich daneben gestanden. Weiß, wer ist es? Santo hat gerade auf mich geschossen. Santo hat gerade auf mich geschossen. Nee, der hat gerade auf Sonic geschossen, glaub ich. Ich hab auf die Waffe geschossen, die oben auf dem Berg lag. Ja, ja, natürlich. Die arme Waffe! Alter, guck auf meine Scheiß-Aufnahme, ne, ganz ehrlich. Guck seine Scheiße! Scheiß-Aufnahme, halt los! Wenn's ne Scheiß-Aufnahme ist, dann hab ich kein Interesse dran Sie anzugucken. Nah! Nein! Ist okay. Ach, wieso? Vielleicht ist es ja so... Also, seine eigenen Aufnahmen guckt Sascha auch nicht an. Hat er nicht gesagt. Aua! Hä? Ich hab ihn falsch getroffen. Das fragt Santo. Warum schießt ihr halt auf mich? Ich hab nicht geschossen. Aua! Hä? Hier, schieß auch mal! Ich komm hier nicht mehr... Na, genau. Alle rasten völlig aus. Ich hab' jetzt verwirrt. Eskalation! Ich gewinn die Runde! Eskalation! Saschaaa! Eskalation ist auch noch nie... Eskalation ist auch noch nie... Sgtw... Santo! Uah! Sascha ist eskalierst nur weil das... Eskalation! Uah! Meinst du es eskaliert? Eskalation! Es atet aus, ne? Es atet aus! Es atet aus, ja! Jetzt reicht's, Adler, ey! Ich hab verfehlt, warte, ich muss dir was anderes an den Kopf, was hab ich denn noch am nächsten Tag? Warum schmeißen die Sachen an den Kopf? Weil ich's kann! Menschen, die in der Vergangenheit sind, liegen Hitler uns! Alter! WTF! Was ist das los mit? Warte, hier! Sancho, Sancho, ich hab noch was gemacht! Sancho, wenn ich dich töte, kannst du... Fangen dir die Inzi! Kannst du dich nicht mehr über meine Witze aufregen? Du hast ihn nicht gefangen! Hottel! Du auch nicht! Au! Hä? Nein! Ja, nicht zielen! Nein! Ja, schwer, ich hab noch ein bisschen gegenehm als hier, ey! Rückkommen, Alter! Ja? Okay? Jetzt? Super? Hä? Oh, ich hab 880 Kamer, wie kommts denn? Was? Alter! Letzte Runde! Alter, Sancho! Könnte mein Pink sein! Letzte Runde, ey! Warum ist deine Kamera so niedrig? Letzte Runde! Letzte Runde! Letzte Runde! Letzte Runde! Boah, schon wieder kein Traitor, ey! Letzte Runde! Ja, ich auch nicht! Nie werd ich Traitor! Ich bin jetzt nur einmal Traitor geworden, Fuchs! Ich hab so Bock, Alter! 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 Wir betteln uns, äh, drüben! Alter, fliegt immer! Ich will nicht mit dir! So ein große Feuer bei euch! Ich will nicht mit dir! Oh, Sascha bringt gleich wieder random Leute um! Weil bettet Kacke jetzt, weil dann ist das so angespannt! Ich möchte Leute beide waywack schießen! Lasst mich schießen! Im Killen, bevor er das tut! Alle auf Sascha! Sascha, k- Au! Wow! Wecklo! Ich schulde Go- actually! Sascha, du Arsch! Sorry war nicht verplant, schon ein bisschen auf den Sack, ne! Ein bisschen! Och nee, die Lieblings-Combo. Wieso denn? Wie hihihihihi! Hängt das wieder an! Wer ist denn Lache, Alter? Nerf wenn du mir damit zu sehr auf den Sack gehst, dann schieß ich.. Oh, warte mal... Bin schon wieder los mit euch, ne? Nein, wie kommst du denn auf die Idee? So! Ey! Was hast du da vorne? Oh warte! Weißt du was es ist? Komm der Ersten! Das ist der Zweite! Das hat aber nichts zu tun jetzt, oder? Nein! Was ist denn hier? Was passiert denn hier? Nein! Ach fuck, hier oben auf dem Dach! Ach, welches Pissgesicht hat das jetzt schon wieder gemacht, ey! Ja, leckt mich am Arsch, da ne scheiß Bombe hier rein! Richtig gut! Ach fuck, ey! Nein! Fickt euch alle! Nicht mal Spaß darf man haben, ihr scheiß Tees! Ey, dabei hatten Plannik und ich echt nur Spaß gemacht! Das ist einfach die beste Cambo, Alter! Nein, da hast du mich gekischt! Ich hab auch schon dieses Zelt getroffen! Warte, jetzt hör mal auf, um zu ragen, hier! Schade, dass ich ihn schon tot war, das war lustig! Schade, dass ich ihn schon tot war, das war lustig! Hallo! Gut, Leute! Das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen, feinen Part! Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch jeweils eine kleine, feine Bewertung! Der Link zu den anderen ist natürlich wie gewohnt! Irgendwann unten in der Videobeschreibung mal auf, hier mitten im Weg zu stehen! Das gefällt mir gar nicht! Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dahin! Und... Ciao! Ciao! Tschüss! Soon! Musik 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 «